Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr, Zacharias 4,6. Gott sagt, es soll geschehen. Menschen sagen natürlich auch, es soll geschehen. Sie versuchen das mit ihren Mitteln, so wie ihnen das geläufig ist, so wie sie es abschätzen können. Sie versuchen, sie einzugreifen und die Gunst der Weltgeschichte auf ihre Mülle zu reisen und zu ihren Gunsten umzuwandeln. Dabei kann man z.B. abgerichtete Terroristen nicht selten Junge, die gegen ihre Wille für das eingesetzt werden, freisetzen und so in die Tote schicken. Das ist schon manchmal so passiert. Aber wenn Gott nachher sagt, es soll geschehen, dann nützt das alles nichts, was sich Menschen vorgenommen haben, sondern dann wird es so rauskommen, dass sie vielleicht blind sind oder lahm sind oder an allem vorbeigehen und nichts von all dem umsetzen können, was sie sich vorgenommen haben. Nicht selten konzentrieren wir uns bei dieser dritten Betrachtungsweise auf das, was man sagt, das ist der Mittelfinger, das ist der Längstfinger, der auserreckt in die Welt. Es geht um Evangelisation, es geht darum, dass Gott Menschen erreichen möchte. Bei jedem Vers gibt es irgendwo eine Komponente, wo es darum geht, wie kann Gott mit diesem Hintergrund oder mit dieser Aussage oder mit dieser Kraft und Dynamik auch wiederum Aussenstehende erreichen. Und das muss uns natürlich ganz besonders im Hinblick auf Israel interessieren, weil Israel ist ja das Volk, das die Verheissung hat bekommen soll. Durch mein Geist geschehen, nicht durch ein sehr gut gerüstetes Heer oder was auch immer für Kräfte hier im Spiel sind, oder Diplomatie oder was es denn könnte sein, sondern eben ganz direkt durch das Eingreifen von Gott. Und wenn das geschieht, fragt man sich, wird es nachher auch wiederum Israele erreichen, verändern und zu Gott ziehen. Und längst haben einen Vater und einen Sohn, messianische Ioden aus Israel, David und Stefan Silber, in unserer Kirchgemeinde ein paar Lehrdienste und Lehrabente durchgeführt. Und ich möchte anhand eines dieser Beispiels zeigen, wie Gott dieser Vers aus Sakaria 4,6 heutigstags in Israel wahr macht. Hingegen muss ich noch ein bisschen zurückblenden und sagen, der Sohn Stefan Silber, der ist aufgewachsen in einer messianischen Familie, hat sehr früh Jesus als Messias auch in sein Leben eingeladen, angenommen, ist so unterwegs gewesen, ist ausgelachet worden, wegen in der Schule und nach der Highschool, als er ins Militär ist, hat er gedacht, so jetzt das enge Korsett lege ich ein bisschen ab, ich will das Leben von einer anderen Seite angehen. Und tatsächlich, in der ganzen Militärzeit, in der er auf einmal drei Jahre normal gemacht hat, und ein vieres Jahr als Offizier angehängt hat, hat er gemerkt, er bewegt sich weg von seinem Messias. Natürlich ist es eine riesige Herausforderung, drei Jahre Militärdienst in einer der besten, wenn nicht die beste Armee der Welt, die wirklich von jungen Leuten alles fordert. Und wenn man dann noch die Offiziersschule dran hängt und das vierte Jahr macht, dann weiss man wirklich, was man da alles hinter sich hat und durchgemacht hat. Und trotzdem, es wäre eigentlich alles gut gegangen, aber nachher ist der Alarm gekommen, der Libanon-Krieg fast schwerer geschlüpft, aber die letzten vier Monate von seiner Militärzeit hat es dann wirklich gereicht, mitten im Kriegsgetümmel hat er sich wiedergefunden, es sind Leute gestorben, rechts und links von ihm, und plötzlich hat er gesagt, hey, wo bin ich eigentlich, wenn ich morgen tot bin, was passiert mit mir? Und er hat den Frieden mit Gott gesucht, er hat um Vergebung gebetet, für ein paar Jahre, die verstrichen ist, ohne eine wirkliche Beziehung mit Gott. Und nachher, als das durchgebracht war, wusste er, jetzt bin ich wieder eingewurzelt, jetzt bin ich wieder in den Hängen von meinem Gott, und jetzt habe ich Energie frei für etwas anderes. Frei für etwas anderes, das heisst nicht, dass ein Kompaniekommandant im Krieg Zeit hat verdäumt zu drehen, aber in dieser wenigen Zeit, die ihm noch geblieben ist, hat er für seine Truppen gebetet und gesagt, Gott mach uns in diesem Krieg unsichtbar für unsere Finden. Und da sind sie durch viele Hinterhalte durch, durch viele so kleine libanesische, südlibanesische Dörfer durchgekurven mit ihren Panzern, eines dieser Bilder sehen wir jetzt hier, das ist nämlich sein Panzer, wo er selber auch drauf ist, mit einer eroberten Hezbollah-Fahne. Sie sind durch diese Dörfer durch und sie sind nie angeschossen worden. Das ist sogar so weit gekommen, dass am Schluss des Krieges, einer von seinen Offizierskameraden, hat zu ihm gesagt, Stefan, wie kann das sein, dass dir keiner Verletzte hatte, als einzige Kompanie, und erst recht keiner Tote? Ihr seid ja gewesen wie unsichtbar. Dann haben sie gewusst, weil ich habe ja auch immer mehr gebraucht, dass das Gebet echt erhört wird, weil sie haben manchmal gesehen, dass das Gebet wirklich erhört wird, dass das Gebet auf dem Strasserrand war und geschlafen war, während sie mit dem Panzer vorbeigefahren sind, das und andere unglaubliche Sachen. Aber als am Schluss der andere sagte, ihr seid ja wie unsichtbar gewesen, dann wusste er, dass mein Gebet wirklich erhört wurde, weil ich habe ja genau das Wort gebraucht, wo ich Gott angerufen habe, macht du uns unsichtbar. Der Krieg ist zu Ende gegangen, er konnte seinen Soldaten sagen, was eigentlich der Grund ist von seiner Hoffnung und was seiner Gebetsung war und was es für einen Gott ist, dem auch die israelische Armee gehört. Es hat sehr viel ausgelöst bei vielen, seither ist er vor allem als Internet-Evangelist tätig und er erreicht so hunderte, wenn nicht tausende von jungen Israele auf dem modernen Kommunikationsweg mit dem Evangelium von Jesus. Wie Menschen mit kriegerischen Mitteln die Wirklichkeit versuchen zu verändern und wo nachhaltig, zum Teil meinen sie, sie könnten das auf das Ende hinaus. Das haben wir ein wenig betrachtet, dass Gott dort die Hand drin hat und das letzte Wort haben wir auch gesehen. Jetzt fragen wir uns aber ein wenig in Bezug auf den anderen Pulver, nämlich den gelben Pulver. Das ist eine Kraft, die man sehr gut zivil nutzen kann, zum Nutzen von vielen Menschen einsetzen kann, nämlich das Uran, das in unseren Kernkraftwerken schlussendlich den guten Strom produziert, wo wir nachher unsere Küche-Maschinen lassen lassen, etc. etc. Wenn das nachher hier in die Waagschale kommt, ist das so etwas, wo Gott nachher sagt, nein, nein, das ist noch längst nicht die letzte Kraft. Ich kann dir noch dann weiterhelfen, wenn das alles zusammen aussteigt. Soll das aussteigt? Wenn das rein getrachtet! Ich habe auch noch ein wenig gemacht, weil es dann noch ein wenig gemacht wird. Also, ich hoffe,